Heute tauchen wir in die Tiefen der Schweizer Mythologie ab. Auch bei Wilhelm Tell gab es nämlich schon mal Stress mit einem Ausländer. Müsstumtelevision geht diesem historischen Trauma auf den Grund. Neben mir ist Peje von den Tell-Spielen. Was erwartet uns heute? Heute erleben wir zwei die Schweizer Geschichte in zwei Stunden. Wir sind jetzt drinnen in einem riesen Polk von Schauspielern. Da geht die Post ab. Dann los mit der Post. Unsereication vory – die Heilsbeiten die Alldrohene. Dann muss ich vergessen. Untertitelung. BR 2018 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 Entweder du schalt dich ein oder wir schalt in dich aus.